Nazi-Ohr Nö was war das denn jetzt? Ist das alles kaputt? Was ist denn jetzt? Was ist denn da gerade jetzt explodiert? Ja wahrscheinlich unsere Hütte Ja ich bin gerade von oben durch den Berg da reingegangen Loil, hier ist ja alles im Arsch ne? Äh Kobbelstern, warte mal Ne, der brauchst du keinen Kumpelstern Ja ja, gut, dann tue ich in die Kiste Boah, das ist das so lecker, Alter Alter, wir sind gerade hier abgegangen, Junge Äh, die Achtung ist ein bisschen kaputt, würde ich sagen, aber... Ein bisschen So, hier kommen jetzt Pappen hin Ein bisschen Hast du jetzt schon gehört, in der 1.6 soll ins Pferde geben Ich finds gut Die Teppiche Also, dass man mehr Tiere dabei hat Ja, dann kann man wenigstens hier mehr auskleiden Also, ich hätt's gut gefunden, wenn die da jetzt noch so, äh, andere Sachen noch eingeknallt hätten Alter, was leckt das so? Ja, das ist am 7. Ja, ja, richtig cool Also wenn man auch Kobbelstern brauchen, ne, ich bin hier die ganze Zeit schon am abfarmen Ich glaube ich weiß schon wie diese Folge heißt, die Farmerei, oh ne. Die Begrabscherei oder so ein Müll. Ne genau, Moment. Wir farmen die Samen. Das ist ja richtig ekelhaft jetzt. Ja, ne. Ich sitze da jetzt nicht ganz mit der Fresse direkt vor dem Mikro. Was ist das denn für ein Zombie? Ja, sind alles unterschiedlich, ne? Alter, der hat ja roter... Oh Leute, wie schnell der ist, wa? Ey, der zieht mich hier gerade im Weckerrand ab, ey. Alter. Der ist für dich. Ja, hier lassen wir so eine Arena bauen. Der hat ja Eisen dabei. Ich bin hier oben. Leute. Deswegen war der so schnell. Er hat ja mal... Alter, ich werde schon wieder gestoppt von irgendwelchen Küchern. Wo ist denn der? Der war oben, ne? Wo du gestattet hast. Der ist da. Ich hab die. Ich bin da oben jetzt im Weg durch. Ach Quatsch, scheiße. So, oben wird jetzt Sicht gemacht, damit die Fika hier nicht reinkommt, ne? Da, 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 da. Da, es wird hier ausgeleuchtet. Hier erstmal wird jetzt alles ausgeleuchtet. Ja, ich bin hier jetzt mal so eine kleine Arena am bauen. Pump-Arena. Oder soll man das wieder so unterirdisch machen, wie wir das letzte Mal hatten, wo wir da die Bäume angepflanzt hatten? Das könnten wir ja auch machen. Ach so, du meinst dein Versorgungslager. Aber du kannst es doch hier nicht machen. Weißt du, was du da Ressourcen brauchst? Ja, stimmt doch. Das schaffst du hier nie im Leben. Weißt du, was? Dafür haben wir, glaube ich, viele Sächtlinge gebraucht. Holz, glaube ich, mal ein 18 Stacks oder so ein Karm. Wir haben einen Zombie mit einem Lederausrüstung. Ich weiß, worauf es liegt, dass so viele Monster kommen. Aber wir haben das auch normal, nicht auch easy. Alter. Aber ich stelle gerade nicht easy. Alter, hier war gerade neben Irmland und Bieder hat mir gerade zweieinhalb Damage gemacht. Mit einem Schlag. Stell dein Ohr mal bitte auf easy. Oder stets auch normal. Du musst ja auch normal. Du musst ja dann stellen, nicht ich. Ja, hab ich ja jetzt. Das ist doch der Admin von dem Server. Hab ich ja jetzt. Das ist doch auch normal. Das ist doch voll geil. Das ist doch voll geil. Ja, guck mal. Das ist doch in Ordnung. Ja, aber dann merkt mich, wie die Zombie beim Abschlachten wollte ich schon sagen. Mal im Abbauen irgendwie. Mal ne. Dann. So da 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 da. Das ist Gott wieder Tag. Gott sei dank. Da ist doch mal Zeit, irgendwann müsste es ja der Tag werden. Ich bin mal kurz auf Klo. Ja viel Spaß, viel Erfolg. Oh ja, dauert nicht lange. Dann wird es auch offen. Noch wieder Junge. So, wir werden das hier alles mit Erde auskleiden, wie ihr das seht. Zumindest den Arena-Bereich, wo wir kämpfen, werden wir so ein bisschen mit Erde auskleiden. Gefällt mir halt ein bisschen besser als Stein, tut man sich nicht so weh. Wenn man mal hinfliegt, bricht man sich nicht so weich die Knochen. Was zwar jetzt ein bisschen blöd gesagt ist, aber so. Dann bricht der Piepel hier sich nicht die Knochen. Boah, hier der Junge. Boah, ähnlich. Boah, ich bin nicht angegriffen worden. Wunderbar. 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 Ich kleide die Arena. Sonst kommt noch immer die Knochen. Ich werde hier den Boden der Arena mit Erde erstmal machen. Normal. Der wird immer aus Erde gemacht im Mungo. Ja, ja. Ich finde es im Mungo. Dann sind immer vier. Das sind immer vier. STEEL CHESTPLATE. Läuft. Das heißt, auf gut Deutsch. STEEL CHESTPLATE hat den gleichen Schutz wie eine Eisen-Schutzplatte, nur hält mehr Schläge aus. Obwohl Alvin und Steel ist eigentlich der gleiche, aber okay. Na ja. Es sind immer unterschiedliche Mods. Neues Mod Pack gibt es auch hier für VizeBs. Ja ja, ich weiß. Aber wir bleiben bei B-B-N-A. Wie ist das Ding nochmal? D-Wolf. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Wir haben keine Kohle mehr. Ja, schön. Ich habe hier auch keine. Es ist irgendwie so still gerade. Gefällt mir nicht. Ja, ist es extrem. Das gefällt mir auch, denn... War da nicht irgendwas, dass da irgendwie so ein Mod drin war, wenn der Himmel rot wird? Naja, der ist nicht rot, okay. Aber ich fände das so geil, da hab ich mal auf der Wiki, hab ich das mal gelesen, in Minecraft, Notch hatte mal vor, irgendwie so ein, so ein, so ein Survival Night einzubomben, dass der Himmel dann rot wird und dann greifen alle Tiere in der Umgebung wirklich jedes, die alles an, was da ist. Ach, irgendwie so war das, die greifen dann alles an, machen alles kaputt und sowas, ich fand die Idee richtig geil. Okay. Wann doch mal was? Jaja, ich fand das auch richtig übrigens geil, weißt du? Also, komm da so zum Glück an, die Mitterständer dein Haus auf einmal in der Praxis so, hey Leute, kommen die mir jetzt her. Guckst du, der Himmel ist der Himmel, der rote... Ist ja dann praktisch genauso wie Herobrine. Jetzt zerstört ja auch alles. Ja, ja, nur Herobrine ist sowieso so... ...minderweil, der schon ausgesinnt. Jaja. Man sieht ja jetzt wirklich kaum noch Herobrine auf YouTube und so. Jaja, das ist ja das. So, Wolle, damit mach ich jetzt um die Schlafecke. Mach das. Ja. Es heißt das Lied aber, I need Erde. Oh ja. Minecraft Leader. Das neue auf dem Kanal. Ja. Ab sofort. Neue Playlist. Minecraft Leader. Nein. Würde ich werden lassen. Nach erwarten wie der dann noch. Ja, logisch. Wenn du jetzt gar nicht durchkommst, ne? Stell da extra so, so kummige Dinger hin. Diese Stacheldinger, damit der da voll rein rein ist. Bam! Und der Instant Death ist. Lars, ich habe Glar. Weil ich bin Lars. Ey, gib mir meine Fackel. Keiner. So. Da können wir auch noch Erde rein holen. Ja. Ich hab schon wieder nichts zu futtern bei. Ja klar. So, wir wollten Türen bauen. Das hatte ich vor. Jetzt weiß ich es wieder. Ah, gut. Dann, 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 dann. Dann. Au. Geh weg. Soll? Haben wir Inventory Tweaks drin? Ne. Nein. Doch, haben wir wohl. Wir haben Inventory Tweaks drin. Ja? Ja, wenn du übst und drückst, kannst du dein Inventar sortieren. Und die Kisten kannst du aussortieren. Da oben sind doch die Zeichen über die Kisten. Damit kannst du sie sortieren. Ja, 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 ja. Da oben sind doch so zu zeichnen. Ja, 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 ich sehe schon. Kannst mal offen das jetzt so ziehen, du Penner. Da zieht dir die Kisten, und ich finde den Sachen nicht mehr, die ich haben will. Tja. So, ich wollte doch Minen legen. Jetzt bin ich hier schon wieder nicht gut, schon weil du mich hier wieder ablenkst. Hast du denn jetzt endlich den Raum fürs Bett gebraut, dann kann ich die da hinstellen. Fürs Bett gebraut. Nein, ich stelle die gleich hin, und das nervt mich nicht. Ja, das ist schön. Ich gucke mir nicht. Hätte jetzt nicht aufgefallen, ist, ich bin hier gerade immer noch den Vorraum am Machen, wo man reinkommt. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, du kannst mir helfen, indem du Eisen besorgst, äh, und Eisen und Diamanten und sowas. Ja, damit du ins Farmen gehst, damit wir mehr Rohstoffe haben, das meine ich damit. Ja, wie viel willst du denn noch haben? Und damit du mir solche Kristalle holst, guck hier. Ich gebe dir einen als Beispiel. Ja, ich weiß, wie ihr aussehen. Der ist einer schon mal hier drin. Ja, einer ist hier drin. Ja, ich weiß. Ich habe auch die anderen 32 in meiner Hand. Die brauche ich auch in die Mine zu bauen. Äh, Frage, warum willst du, mach so zwei Eingänge? Du Scherzkeks. Der eine Eingang hier ist, damit man nach oben an die Oberfläche kommt. Und der andere ist, damit man auch in die Mine kommt. Ja, und willst du dann hier den Eingang machen, äh, den Raum für die, äh, fürs Bett hier links, ne? Da. Kann sein. Ich bin mir noch, ich bin mir noch nicht...